Hallo, willkommen zu einem neuen Tag mit Mecabellum. Ich habe heute bestimmt schon meine 10 Spiele gemacht und die letzten 5 oder so verloren. Aber das ist ja die übliche Beobachtung. Je mehr Spiele ich am Tag mache, desto schlechter schneide ich ab. Das ist... Also ich denke, dass das für mich im Moment gesichert ist. Also es ist wirklich... Ich merke ja, welche Fehler ich mache, je mehr Spiele ich mache. Und ich merke ja, wie viel Gewinn ich habe und ich aufsteige, wenn ich weniger Spiele am Tag mache. Das gilt übrigens auch für Spiele pro Video, weil ich jetzt die Umfrage wieder gemacht habe. Also ein Spiel pro Video und dann kann ich ja nach einer Pause machen, ist besser als zwei und drei ist richtig katastrophal. Also ich muss einfach eingestehen, dass ich zu alt bin für solche Geschichten. Jetzt haben die meisten allerdings zwei Spiele pro Video gesagt. Ich versuche das dann wieder zu machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Obwohl die Like-Rate immer noch was anderes sagt im Moment. Die sagt, dass eins pro Video am besten ist. Vielleicht stimmen wir aber noch nicht alle ab da drüber. So, da, Kleinvieh. Wie gesagt, heute eine Reihe Spiele verloren. Was bedeutet, dass ich jetzt ganz gerne einfach schnell, schnell, schnell machen will, damit ich ja wieder viele Spiele gewinne. Und dass ja alles auf jeden Fall unter beim MR und so weiter ist. Und das heißt, dass er dieser Treibsante, den wir dann weiter im MR verliert. Und da muss ich mich jetzt zwingen, das ein bisschen sehr gemütlich zu machen. Aktiv gemütlich. So, Crawler ist gut gegen Adlerie. Wir machen jetzt alles rational. Adlerie wird immer, oder normalerweise, gleichmäßig aufgestellt. Da darf man nicht zu weit vorne sein. Da muss ja Crawler halt in seinen Tod laufen. So. Die versuchen hier, die Crawler links, rechts zu töten, damit die da durch können. Das muss reichen. Habe ich alles bedacht. Kleinvieh wird normal gekontert. Das beschädigt die Adlerie. Und die fliegen nicht in ihren Tod. Wichtig ist halt, dass die nicht ganz vorne stehen. Weil die sonst von Dreck und Adlerie ausgeschaltet werden. Also ich kann die sogar vielleicht noch ein Stück weiter zurücksetzen, den einen hier. Aber dann wird der ineffektiver. Ich bin am Schluss auch geraten. Wenn der Rush klappt, sowieso gar nichts von dem ich gesagt habe. Genau, so zum Beispiel. Ja, steht alles falsch. Jetzt teilt sich meine Armee und kommt auch noch später zu weit. Ja, viel geplant. Nichts geschafft. Jetzt bin ich doppelt getiltet. Ganz klar. So, was haben wir denn jetzt? Also der kann hier eigentlich nur Arclights und Marksmann jetzt holen, oder? Und das ist ungewöhnlich. Da hat auch keiner Sault da drin. Das ist auch ungewöhnlich. Ich denke immer noch, dass Elite beschissen zu spielen ist. Also wenn ich jetzt auch noch gegen Elite verliere, dann mache ich mir heute Schluss. Schild hat da, glaube ich, zu viel Schaden für. Eine schnelle Flanke. Ich glaube, das kleine Vieh geht immer, ne? Gerade wenn er jetzt von hinten dann kommt, dann sind die ja schon weg alle. Also das könnte, glaube ich, sehr effektiv da oben sein. Ja, sonst. Hat ja nichts, was die Dinger da rechtfertigt. Aber verkaufen ist, glaube ich, auch immer übertrieben. Also wenn er gleich mit Level 2 kommt, dann will ich eine Runde, wenn ich die jetzt Level 1 hole. Und man weiß nicht, was im Unit Drop drin ist. Und da würde ich mich erstmal für mehr Crawler entscheiden. Und gucken, was passiert. Ja, der Lit wird ja nie holen, ne? Ja, machen wir da mehr rein. Auch mal Geld über. Ja, aber soll ich damit machen? Also, jeder, kein Levelbedarf im Moment, oder? Wobei, wenn er was dickes bringt, kann ich ihn damit one-shoten nachher. I don't know. Ist ja ein Rush, ne? Ich mach lieber das da. Fangs? Ja, mit Fangs habe ich maximal schlechte Erfahrungen für einfach alles gemacht. Ich gehe schneller mit dem Teleporter ran. Jetzt gewinnt er den Zweikampf da unten gegen die Crawler. Meine Hoffnung ist halt noch ein Firebatch, ne? Und sieg. Oder war das gar kein Strike? Ich glaube, es war ein Strike da unten. Das war kein... Nicht der Spawn. Die Adlerich verkauft. Na, dann kann ich jetzt gleich anfangen, Dings zu holen. So, jetzt können wir hier den Mustang holen. Ach, den Vulcan. Obwohl man da vielleicht noch warten muss, ob er mehr holen möchte, mehr Freunde. Also, so ganz sicher ist er noch nicht, ob das sein müsste. Den Rhino könnten wir zur Not snipen da unten gleich. I don't know. Ich mach jetzt mal den da. Der holt ja eine ganze Menge Zeugs weg. Falls er jetzt ein Rhino reinläuft, sonst kann man die Exxon immer noch verkaufen. Ich mach mal den Level davon an dieser Tillypte. Ja, sonst haben wir nochmal eine ruhige Kugel hier. Das ist der Rhino. Mehrfache Ausführung und direkt tot. Oder? Haben wir einen Schuss, der Level 3. Ich mach schon mal einen zweiten Schuss. Der Skorpion, der steht da, glaube ich, sehr gut. Aber ich muss trotzdem noch natürlich die Front ein bisschen machen, denke ich. Trotzdem wäre Level 3 schon tot. Also, da ist ja extrem viel gewonnen. Und für die könnte ich Charge Shot vergeben, wenn ich die töten will. Dann geht das ein bisschen schneller. Zack. Geht aber auch ohne. Also, nie überinvestieren. Upgrades maximal spät vergeben, wenn es geht. Je früher die vergibt, desto eher hat er verloren. Hat der jetzt einen Wirbel vergeben, eigentlich, der Gegner? Ich hab's gar nicht gesehen gerade. So ausgesehen, ne? Die Frage, wo der Herr Giants bringen, ne? Ja, der kriegt jetzt, glaube ich, eine gute Dings da ab. Eine sehr gute Packung. Ich mach jetzt einfach den Charge Shot für die Jungs. Damit er nicht nochmal gerade drauf zuläuft, ohne dass das bestraft wird. nochmal ein Crawler für die Front vielleicht. Das ist ja auch ein Marksmann gewesen da vorne. Die Frage, ob das ausreicht. 16.000 Schaden. Könnte ein bisschen dauern. Level 2 immer mitnehmen. Ja, also, die schnell töten. Weckteleportiert. Das Item hatte ich zum Beispiel jetzt nicht auf dem Radar, ne? Das war jetzt Konzentrationsfehler. Ist in dem Fall egal, weil der hat's halt in den Dreck in den Tod gestellt. Aber abgesehen von diesem coolen Move, sollte man das vielleicht nicht übersehen. Bei Westman hat er dazugekauft. Ja, solange die Rhinos instant sterben, ist das ja egal. Level 2 hat sich auch gelohnt, ne? Also, der hat vielleicht nicht mit dem Charge Shot gerechnet, weil den keiner außer mir spielt, glaube ich. Ich seh den zumindest nie angewendet in irgendeinem. Die Frage ist, ob ich den jetzt verkaufen will. Range. Deployment. Laser Side. Ja. Ich mein, die töten ihn ja so, ne? Da kommen wir noch nicht mehr von den Viechern. Also, verkaufen wir ihn auf jeden Fall. Range für alle kostet halt auch ein bisschen was. Hier ist immer die Frage, was man natürlich noch denn an Darf verkauft. Aber bei 450 Punkten habe ich nur so halb Skrupel, ja? So. Ja, gehen die ganzen gelevelten Wespen ist, glaube ich, schon von vornherein, ne? Hier. Keine Kompromisse. Genau. Wer will mitnehmen? Kurz stoppen da vorne, müssen wir ein bisschen Zeit haben. Das ist ein Spam von rechts, würde man ja auch sofort besiegen, oder? Weil es ist immer die Frage, was ich mit dem 100-Teil jetzt hier mache. Aber so ein Upgrade rechts, vielleicht auch nicht schlecht, so sehr weit auf alles. Besuch von rechts, Besuch von links, der ist wieder da. Ja, witzig, ne? Ist wieder gekommen. Ein bisschen viel jetzt, zu gucken, wo welches Problem gerade bestand. Ist ja jetzt alles gleichzeitig aufgewiesen auf dem Bildschirm. Aber Headquarter-Upgrade hat sich, glaube ich, wieder gelohnt. Gut, dass wir alles die gleiche Wespen ballern, sonst wäre das ja dämlich. Item hat sich gelohnt. Wie gesagt, es war mir jetzt ein bisschen schnell. Ähm, ein bisschen sehr schnell. Die Applikate hervergeben. Ja, 50er kann ich mitnehmen, ist, glaube ich, nicht viel. Genau, also Replika kann ich auch vergeben, ne? Ich habe ja teilweise einen höheren Level als er. Also da kriegen wir vielleicht sogar mal schön fight raus. Die Wespen natürlich alle one-shotten. Die Frage, ob noch einer dazu packen möchte. Ich mache mal gerade das Kleinfiede unten weg, weil er ein Level 3 hat. Und einfach nur, wenn wir mal eine Runde das schnell hier machen. So, sonst da oben noch einen Freund holen. Ja, und dann ist halt diese Senior-Frage mal irgendwann, ob ich die machen möchte. Und jetzt gibt es halt wieder die Zeitprobleme. Ich würde wirklich freischalten, der Senior. Ich wischen das hier vorne. Man weiß ja nie, wo der Freund ist, aber dann habe ich hier nochmal einen zweiten. Dann sterben die da schön schnell. Verkaufen will die, glaube ich, nichts. Wespen mit Fluka-Wehr, okay. Ja, Fluka-Wehr habe ich auch. Der haut sich leider da schon da durch. Also die Phönix töten die Rhinos schon, ne? Ich muss die halt jetzt nur gleich, je weiter es kommt, mache ich es auch zu. Zumachen eben. Das ist ja so ein bisschen der Überblick. Und er kann die ja rumjumpen wie so ein Weltmeister. Das ist ja der tricky Part. Aber das wird sich, glaube ich, schon zu. Speed hat er auch. Firebatcher. Da stellen wir überall einen Firebatcher davor. Da sind die Instant tot. Hier geht es besonders viel zu flambieren. Ja, die Wespe hier links, die sollten wir, glaube ich, mit doppeltem Auge behalten. Die Frage, ob wir noch ein Reichweiten-Ding ausgeben wollen für die Wespen. Wahrscheinlich, ne? Genau, die One-Shots, die laufen ja noch alle. Das beschleunigen wir einfach hier unten jetzt, hier überall. Eventuell Finisher-Runde. Das wird gemacht. Ja, wie schnell sind die alle tot? Ich mache einfach Anti-Vespe alles. Zeit. Nicht da oben der Ecke was machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oben ist theoretisch auf. Das war auch Reichweite vergeben. Ja, es gab mehr Wespen, aber ich habe auch mehr Flugabwehr. Oben stand ein Flammenwerfer. Das war natürlich wieder Pech von meiner Seite aus. Aber die Wespen werden gepflückt. Roller tankt erstaunlich lange. Naja, also Wespen sind schwer zu spielen, wenn der Gegner mit den Mustangs agiert. Ich denke mal, spätestens, als ich zwei Mustangs hatte mit Flugabwehr-Upgrade, hätte er keine Wespen mehr holen dürfen. Auf der anderen Seite, manchmal ist es wirklich so, ihr holt halt die ganzen Wespen, denkt die Wespen ab, wer ist da? Und die Wespen ab, wer denkt, dass es reicht? Und dann holt ihr noch mehr Wespen, dann kommt ihr so gerade eben noch drüber. Aber tendenziell ist es wirklich so, dass ich mit Dings schlechte Erfahrungen gemacht habe. Mit, wenn der Mustang da ist, die Wespe raus. So, nicht jedes Spiel komplett scheiße. Aber das war halt, das muss man halt so sagen, der war nur 1600. Und es war halt Elite, ja? Die Kombination, da hätte ich auch das Spiel direkt aufhören können für heute oder deinstallieren danach, ja? Ich will dem Armand ja nichts, aber ich finde Elite ultra unspielbar, ja? Also das ist, ähm, ist halt leider so. So, jetzt machen wir noch ein zweites Spiel. Jetzt kann ich zeigen, dass das wieder nicht funktioniert, wenn ich zwei nacheinander mache. Kurz weg. So, dann geht es jetzt weiter. Also, der große Trick wird jetzt sein, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Da wurde ich gecancelt. Okay. Ja, es gibt immer solche Feiglinge. Für mich playen die das System. Ich habe kein Verständnis für Leute mit einem zweiten Account und keine Leute, die canceln. Die zerstören alle beide das Ranking. Klar, der Entwickler kann das auch besser designen sein Spiel, aber naja. Äh, genau. So, also Herausforderung für mich wird jetzt hauptsächlich sein, nicht der Gegner, nicht die Aufstellung, nicht die Glückskarten, gar nichts. Sondern nur darauf zu achten, dass ich mich konzentriere auf das Spiel. Das ist die einzige Herausforderung, die ich jetzt sehe. Also, drüber mal gucken. Am besten nie Endkirn klicken. Ja, jeder hat seine Ziele im Leben. Also, ich weiß, dass Fangstart unglaublich beschissen bei mir funktioniert. Das klappt aber auch nicht. Und der Rest sieht auch richtig nach Garbage aus. Also, das wäre noch am äußersten gut. Aber wenn dann halt ein Phönix kommt, ne? Und ich habe nur eine Phönix-Karte und der hat ja bestimmt zwei. Dann kann das schwer nach hinten losgehen. Augen zu und durch. Ne, mach lieber das. Aber das könnte jetzt hier tun. Ja, kein Phönix. Sehr schön. Sehr schön. Ging's die wohl? Das hat ja richtig gute Erfahrungen gemacht, wenn ich die so aufstelle, die Adlerie. Kleinen Vieh holen. Jo, ansonsten, klar, da rein donnern. In dem Falle könnte ich sogar einen Fang organisieren, glaube ich. Ist bei denen gar nicht so schlecht. Da ist ja die Frage, ob ich jetzt irgendwie Platz für eine War Factory hier lassen kann. Ich weiß auch gar nicht, wie breit die War Factory ist. Fünf Felder? Ich weiß es nicht. Egal, wenn man das jetzt so... Oh, gehen wir hin, ne? Halbes Quart erwischt mit der Salve. Das heißt, vertikale Aufstellung gegen Crawler. Hier hat Quartner gerusht. Der Rhino wird auch gleich wieder Druck ausüben. Brav, die Adlerie. Brav. Schöner Metallhaufen. Ja, also bei sowas habe ich das Gefühl, dass man eigentlich einen Nano Repair dann nehmen muss. Damit kann ich Kleinen Vieh wegholen und damit aber die Bällchen, ne? Also was für das Skorpion ist, glaube ich, ist sehr gut gegen die Bälle. Auch wenn das natürlich jetzt nice für den Drop wäre, der in der nächsten Runde kommt. Aber das ist jetzt einfach zu nice für die Bällchen. Und es tankt ja auch ein bisschen. Fehlen zwar noch die Modelltanks, aber ist trotzdem nice. Nicht zu sehr nach unten ablenken lassen, weil der Ste-Ball gleich dazu kommt. Ich muss ganz nahe links stehen, damit das funktioniert. Genau. So. Wir stehen hier sehr dicht beisammen, aber ich glaube, dass es tatsächlich notwendig ist. Ja, ich bräuchte eigentlich hier noch ein Modelltank, aber woher nehmen und nicht stehlen, ne? Das ist jetzt einfach kein Geld. Wie sind denn die Zahlen? 13.000? Ja, das ist alles ein One-Shot. Ein Modelltank mehr wäre ultra wichtig hier. Also der Crawler muss zu dem getötet werden. Da kann man nur hoffen, dass da kein Satellit kommt. Und der schießt zuerst auf den Linken. Also ich glaube, dass das ein wichtiger Crawler zu töten ist hier. Der da, damit das hier funktioniert. Und ansonsten die dumme Flanke. War nix? Okay. Mehr Ste-Balls? Also okay, mit mehr Ste-Balls können wir arbeiten. Und jetzt bitte einen guten Schuss. Und bam! Sehr schön. Und nochmal bam, bitte. Danke. Ja, die Ste-Balls zu kaufen, wenn der Budget-Scorpion im Angebot ist und ich den brauche, um die bestehenden zu konnen. Das war, glaube ich, ein bisschen fahrlässig von dem Herrn Killer. Schöner Name übrigens. Habe aber hier das Item geholt für den Drop jetzt. Ja, also mit hoher Wahrscheinlichkeit dann das hier, würde ich vermuten, damit er regeneriert. Ja, und wie rösten Kleinvieh? Mal schnell weg, ist es schnell weg, sage ich ja immer. Das muss man die Crawler gerne ein bisschen in ihren Tod laufen. Hauptsache das Kleinvieh ist schnell weg. Und der hilft dann von unten wahrscheinlich aus. Also der kommt jetzt mit Regeneration, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist, ob ich Regeneration mit Toxic und diesen ganzen Krämpel besiegen kann. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das gut hinbekomme. Aber jetzt ein Melting Point freischalten ist zu teuer. Der hat einen eigenen Steel Ball. Ja, Alter. Ich mache die Modell-Tanks, ich brauche die ja sowieso. Aber ich muss mich nächste Runde wahrscheinlich um Dings kümmern. Um den Freund da mit einem Melting Point oder so, würde ich vermuten. Doch nicht, dass ich da dran vorbeikomme langfristig. Huch, hat er nicht geholt. Hätte echt gedacht, dass der jetzt Regenerationsfreund kommt. Auf den UFO, okay. Ja klar, Luftwaffe wäre es jetzt natürlich mit dem paar Fangs zu schwach. Aber der ist natürlich viel einfacher gleich zu kontern, als es mit dem Portruster frei gewesen wäre. Also so unglücklich bin ich jetzt nicht da drüber. Um wahrscheinlich dann trotzdem einen Melting Point holen, oder? Um den abzuknallen. Für den Rhino kann ich einen Melting Point ja auch gebrauchen. Ja, der hätte jetzt gleich sein Level 2 wahrscheinlich nach der Runde. Overlord geht zur Not auch dagegen. Aber Melting Point ist vielleicht eine sichere Option. Mal sehen. Und die kleinen Panzer kann man ja auch da melden. Mast produced, Overlord. Puh, aber wie stark heilt er sich? Aber jetzt Mast produced, da würde ich ihn jetzt glaube ich schon reinnehmen. Das könnte noch funktionieren. Das könnte ein bisschen tricky werden. Wir versuchen es jetzt einfach. Genau. Also den Panzer da unten immer direkt ronshotten. Und dann eben bei dem UFO gleich aushelfen. Genau, es kommt halt irgendwo der Rhino auf irgendeiner Front. Weiß man natürlich wieder nicht. Zumindest können wir dann verlangsamen, wenn er links kommt irgendwo. Ja, links. Ach, weiß nicht, jenen haben wir siehe. Ich bin so weit weggestellt, ich nu. Einmal mit Profis. Das Satellit links hat sich glaube ich gelohnt. Er hat ja kein Level 2, sonst wäre der tot gewesen mit dem Satellit. Als UFO kriege ich, aber das Level 2 mit dem Regeneration wahrscheinlich nicht. Ja, sehr schade hier. Ja, jetzt mache ich natürlich auch keinen Schaden mehr. Ja, mal gucken. Das Ding ist halt, ich will die eigentlich über Adlerikanone spielen, aber gegen das Ding brauche ich mehr als die Adlerikanone. Also wahrscheinlich ist Feuerrate der Kompromiss für alles, ne? Okay, super Timing. Feuerrate kostet natürlich auch Reichweite. Hat er Reichweite vergeben? Okay. Ja, dann machen wir Feuerrate und Feuerrate und Feuerrate. Kleinvieh räume ich glaube ich ganz gut weg, ne? Ja, ich will immer Feuer aufpassen. Ja, also es gibt mir für die genug zu tun. Ich mache jetzt einfach hier nur All-Indie-Dinger. Und wenn es nur 300 kostet, kann ich auch mal eine Flanke machen. Ja, bei dem bräuchte man eigentlich nochmal ein Satellit hier vorne wahrscheinlich. Ich habe ja noch keine Upgrades. Ich mache das ungern, aber der muss ein Satellit überleben hier vorne. Und der sollte den dann töten, wenn der geslowt wird. Und ich kriege den, hä? Wie habe ich den denn eben gestoppt? Stirbt der vorher? Geht doch gar nicht. Wie hat das denn eben funktioniert? Hm. Das funktioniert doch gar nicht. Wie habe ich denn eben den Satellit denn da gestoppt? Vielleicht durchs Abbiegen, weil der gerade läuft und der andere schräg? Such's doch mal. Fugische Welt. Ja, Tatsache. Also wenn die dieses Ding ausgeben, ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn ich Reichweite nochmal extra ausgebe. Also wir sprechen hier von Bars 180, 120. Wenn ich gleich Reichweite vergebe, das ist ja dann 40, dann 150 und Feuerrate wäre dann 130. Also dann bin ich außerhalb des Kreises, wenn das so mein langfristiger Bild ist. Bam, Half-Life. Das ist ja auch nicht fair, dass 5 gegen 1 hat. Genau. Witzig, das Ding, ne? Noch eine Salbe? Danke. Danke. Ja, wobei, wenn ich jetzt Melting Points mache, dann kann ich Regeneration, äh, dann kann ich Adelreding schießen da unten, ne? Also auch Wespen dazu, habe ich gar nicht gesehen eben. Dann holen wir lieber die Wespen weg. Die wären ja wahrscheinlich eher ein Problem. Oh. Ich sehe seine Seabolls gar nicht in die Runde, die gehen in die Runde drauf, oder? Um gar nicht darauf zu gucken. Ja, wie gesagt, ich will eigentlich die Adlerie haben, aber das war jetzt natürlich sehr teuer, die Dinger. Gut, letzte Runde der Kredit, also müssen wir vielleicht jetzt mal ohne machen. Ja, also Schilde könnten dagegen funktionieren gleich. Und da würde ich nochmal hier nochmal vielleicht ein Modelltank dazu packen. Einfach nochmal extra durchballern. Ja, der oben kriegt wahrscheinlich jetzt Besuch, ne? Und der Westbund und der Flugabwehr. Unendlich viele Westen. Aber ich habe ja schon die Lugabwehr jetzt hier, ne? Das war jetzt teuer, aber ich hoffe mal, dass die gut sind, das Lugabwehr. Genau, da sind die Westen auch schon alle weg. Irgendwo. Ja, ja, gleich Adlerie Kanone, dann kriegen wir den sehr gut, den Regenwurm. Bist du gewonnen, oben? Ja, der ist natürlich ungesiegbar inzwischen. Ich habe halt auch so viele Baustellen gerade. Ja, da habe ich mir vielleicht ein Problem mit gezüchtet mit dem. Ja, dieses Item ist schon sehr episch, ne? Wenn man es am Anfang auch eine Einheit packt, die levelt oder ein Level hat. So, mehr Schaden. Nur für den eigenen Kameraden da vielleicht. Aber wer schießt den ab? Du da? Ist das genug Schaden, wenn ich ihm das gebe? Bin mir da nicht ganz schlüssig, ob der das schafft. Er schießt auf jeden Fall mit drauf, also ich werde es jetzt einfach riskieren. Bei dem bin ich mir jetzt nicht sicher, wegen der Adlerie Kanone. Das skaliert er mit hier nicht. Ja, da oben, den kriege ich wahrscheinlich nicht ohne Upgrades. Dann müssen wir nochmal ein zweiter dann da hin. Ist die Frage, ob wir da noch so ein Ding hinpacken wollen. Eine Wespe weniger danach. Vielleicht mit Schutzschild sogar ausgeben. Ja. Ich mache einfach ein bisschen Druck da oben. Ist wahrscheinlich wieder ein Fehler, wie so häufig. Genau, und der hat irgendein Upgrade. Sandsturm, okay. Aber ich habe ja jetzt Adlerie Kanone, also. Komm ruhig mit deinem Sandsturm durch die Mitte gefahren. Ich versuche dich dann da auch zu one-shotten. Den noch einmal getroffen, oder? Kann ich einen Tanki machen in die Sandwurm? 16.000, dann hält der einen zweiten Schlag aus. Genau, alle mal drauf halten. Genau, also das hat nicht funktioniert. Das super teure Item, der Simun dagegen. Also hier hat er Luftabwehr plus Item und macht ungefähr null Schaden an dem. Damit ist das Spiel dann, glaube ich, gelaufen. Das war's dann. Danke fürs Spielen. An der Stelle habe ich jetzt einfach geraten, ob es funktioniert. Also ich habe das zu lange ignoriert. Also ich habe das ja nicht ignoriert. Ich hatte ja ein bisschen, ne, ein paar Ideen. Aber ich hätte von Anfang an einfach Melting Point dagegen aufgestellt und fertig. Also das hat jetzt das Spiel gewonnen, ne, ganz klar. Und die teure Flanke hat natürlich wieder nichts gemacht, wie immer. Genau, also die teure Flanke drauf verzichten. Das ist auf jeden Fall wieder Käse. Und in dem Fall muss man echt sagen, ich habe gedacht, dass der eine Chance hätte mit diesem Doppelabgriff. Das ist ja unglaublich viel Anti-Air-Schaden, ne. Aber wir haben ja gesehen, dass der null Schaden an dem Ding gemacht hat, obwohl da noch nicht mal an dem Ding drin stand, ne. Von da war das jetzt natürlich super Hardcore beschissen, ohne jede Frage. Ja, ja, das war sehr unangenehm. Interessanterweise der Sandbomb, glaube ich, auch mit dem Sturm, diese ganzen Schüsse überlebt, ne. Die haben ja einfach den eingeloggt und er hat trotzdem sehr lange getankt. Hätte ich nicht gedacht. 30 Prozent, das ist eigentlich gar nicht so viel. Ja. Also, wie war es mal interessant? Naja, aber das war jetzt wieder so ein unkonzentriertes Spiel. Also, man muss immer, wenn es so eine Schlüsseleinheit gibt, muss man da ein besseres Augenmerk drauf machen. Und zu sagen, jede Runde, ich mache dann irgendwann Reichweite, irgendwann Feuerrate, bla bla bla. Und dann mache ich Adlerikanonen und hoffe, dass der das schafft. Und der schafft das dann nicht, ist natürlich dann verloren, ne. Das ist immer sehr schade. Das war sicher, ja, zu ambitioniert. Genau. Machen wir mal einfach noch schnell eine Runde. Das mit der Flanke war halt auch fies. Also, ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Also, musst du da wirklich ein Overlord in die Flanke? Ist ja klar, wenn du da nicht wegkommst, dass da 300 Punkte im Nichts stehen, ne. So simpel ist das. Was halt auch gut normal klappt, ist, wenn der Gegner halt so stark irgendwie investiert in so eine Einheit. Und, dass man dann eben wartet, bis er gut investiert hat und dann eben einen Melting Pointer hinstellt oder sowas. Ach ja, sehr, sehr ärgerlich mit dem... Ich meine, das Item hat 300 Punkte gekostet. Die Flugabwehr, was hat die gekostet? 200, 300? Und dann das Vieh natürlich selber und dann macht es null Schaden. Sehr ärgerlich. Oh, okay. Okay, ansonsten... Vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne hinstellen. Dann kann ich die vielleicht kaputt machen, bevor die alle Crawler getötet haben. Im Moment ist meine Erfahrung, dass, wenn jetzt hier steht, der Argleit, dass er zwei Drittel des Crawlers totkriegt, bevor ich den Tod bekommen habe, wenn ich das so auch stelle. Und dann ist immer die Frage, ob sich das lohnt, das erhöhte Risiko. Wenn ich Reichweite ausgebe, kann das aber schneller gehen. Genau, sonst Kleinvieh. Das hier ist immer ein bisschen schwierig, weil die Adler ja so steht, dass sie auch diese Dinger abholt. Ja, da darf man nicht so weit vorne stehen. Der Unterstand ziemlich gut. Aber das ist natürlich immer ein bisschen Glück bei, ne? Ja, Luftabwehr ist jetzt tot, jetzt ist er durch. Also Reichweite-Upgrades sieht man schon, werden hier sehr stark auf beiden Einheiten hier. Aber natürlich nicht in Runde 2. Da ist der Freund, Sabertooth, da kann ich Raketen mit abfangen. Und ich bin immer noch sehr unschlüssig, wie ein Sabertooth Preis-Leistung gegen Skorpion abschneidet. Da muss ich ein Simulator dafür gehen, um es eindeutig zu bestimmen. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass der Single-Target-Schaden schon gegen den Preis-Leistung abschneiden könnte. Ja. Da könnte man nämlich gleich Raketen abfangen auch. Das ist immer sehr angenehm. Der fährt damit nach vorne. Und da machen wir noch einen Crawler. Ich weiß es gar nicht. Ja, aber erstmal noch einen Crawler. An diesem Mall kann man auch noch beipacken ein. Da braucht man eigentlich alles. Genau, der macht das kleine Zeug weg. Der Crawler lenkt dann gleich die Adelräder vorne ab. Mal gucken. Ich habe halt kein Geld mehr für ein Beacon. Das wäre dann eine Runde später. Das muss man einfach noch einen Crawler nachher. Genau. Ich gehe davon aus, dass da gleich nochmal ein Modelltank kommt. Deswegen steht der ein bisschen weiter vorne. Das können wir ja, glaube ich, leisten. Und sonst eine Runde pushen. Sehr schön. Ja, die Frage ist halt jetzt, was ist das erste Upgrade, was ich spielen möchte. Also die Raketen machen Schaden hauptsächlich an den Panzern, wenn ich das richtig sehe. Und die Panzer sind noch keine Schlüsseleinheit, gerade an der Front. Und da würde ich da warten, dass er die Adelräder vielleicht erst auflevelt. Airdrop kann ganz nice sein. Dann könnte ich tatsächlich mich ewig lange beschützen. Schieße mir dann direkt die Raketen da rein. Beide kann ich nicht tanken. Und dann irgendwas da oben hin packen. Oder geht ja nicht nach hinten. Also wenn ich das jetzt mache, dann müsste ich die Raketen ausgeben. Die Dinger da. Na gut, dann machen wir das jetzt hier. Und dann gleich Kleinvieh töten. Könnte nochmal jetzt, weil die jetzt beschützt werden von den Raketen, kann ich halt noch einen dazu packen. Die bräuchten eigentlich mehr Reichweite. Ich mache nochmal einen Satellit da vorne. Das kann ich aber jetzt diese Runde nicht ausgeben für die Freunde. Ja, ich weiß es nicht. Headquarter beschützen. Vielleicht kann ich wieder mit der Reichweite beschützen. Axeman. Ich hoffe, ihr kriegt seins auch noch hier. Das wohnt der Rhyno. Ja, noch ein paar Schlüsse. Dann weg der Scheiß. Reichweite für die Marksmann ausgegeben. Okay. Also war das All-in-Marksmann-Idee. Feuerchen. Amor. Da kann ich einen von denen Tanki machen. Oder für den nächsten Drop halt. Marksmann, glaube ich, ist kein Battleship-Drop wert. Wenn man einen Battleship-Drop macht, die schaffen das hoffentlich. Sonst Speed für alle Einheiten. Rv2 kann man dagegen so ein bisschen tanken. Den Reichweite geben, damit die noch funktionieren. Ich mache nochmal Kleinvieh dazu. Die hätten Reichweite zuerst gebraucht. Die hätten mehr Reichweite gebraucht. Wie ich nenne die Panzer 11, 9. Das ist ein ganzes Stück nach vorne. Naja, also ich hätte Reichweite für die zuerst vergeben müssen. Mit absolute Priorität. Das war... Ist nicht gut gemacht. Ich habe keine Schilde. Ich glaube, ich kann in der Mitte gleich mir so einen einzelnen Panzer die wegholen. Ein Schild haben wir zumindest. Ja, hier rechts das Feuer hat wahrscheinlich nicht geholfen, vermute ich. Also nochmal ein Panzer in die Mitte packen. Vielleicht sogar ein zweites Panzerabgleich ausgeben. Ich habe ja eine ganze Menge von denen. Skorpion, Overlord. Also in die Luft gehen ist wahrscheinlich keine gute Idee mehr, oder? Der, glaube ich, sehr gut kontert. Ist noch alles sehr auf. Also der macht das schon ganz solide da. Der ist sehr tanky. Anti-air. Wenn ihr meine Viecher da... Braucht man vielleicht sogar ein bisschen mehr. Dann hole ich den gegen alles, was da kommt. Auch wenn das jetzt gefährlich gegen den Marksman ist. Und hier braucht man dann den Schaden von denen. Halt dann auch ein Fighter Level 1, glaube ich, aus. Okay. So. Die brauchen Reichweite. Erstmal mit dem Blödsinn aufgehören. Kleinvieh muss weg. Ansonsten mal einen Freund an die Kante stellen. Und ansonsten in der Mitte nochmal einen zum Tanken rein. Er kann auch mal so einen Atemrischschuss nochmal fangen. Okay. Der mag seine Schilde. Und seine Marksman. Wer ist ja Level 3. Aber der Overlord kommt eigentlich ganz gut mit sowas klar. Schilde holen wir jetzt auch weg. Die Frage ist halt, ob ich denen nichts so eine Reichweite geben will. Den Panzern. Crawler rechts haben gestört. So soll das sein. Also im Moment habe ich das Gefühl, dass nochmal Crawler Sinn machen. Aber zu viele Crawler werden natürlich irgendwann von den Bulken oder so aufgesaugt. Ja. Smoke. Na, wieder wieder schilden. Ich könnte es mir ja fast vorstellen. Also wieder mit Sicherheit machen. Hier haben wir die lieben Crawlerchen hier vorne. Ist halt echt die Frage, wie wir das machen wollen, dank 50. Die Raketen treffen ja nichts mehr. Von daher würde ich jetzt hier nochmal diese Dinger ausgeben. Einfach nochmal mehr Modell tanken. Die ganze Marksman-Reihe da, dass sie einfach mal nicht mehr so ordentlich schießt. Schild lohnt sich ja wahrscheinlich noch nicht. Irgendwann muss ich es eh holen. Ich habe jetzt keine andere Einheit. Also machen wir es mal mit dem Schild. So. Ich muss ein Schild rausgeben lassen. Die haben überlebt. Hätte jetzt ein bisschen Smoke durchgekommen? Ne, ich habe alles erwischt. Ja, ich glaube, ich mache gleich mal Reichweite für die Panzer. Ich habe ja doch, wie gesagt, eine Menge Panzer und dann sind eine Menge Ziele. Und wenn die Scorpion keine Reichweite haben, geht es noch besser wahrscheinlich. Wir haben dann eine ähnliche Aufgabe wie der Phönix allerdings. Also die Frage, ob ich jetzt wirklich den Panzer oder den Phönix lieber gebe, die Reichweite. Das Upgrade kostet bei beiden 500, ne? Weil die Phönix ja schon Reichweite haben. Aber ich könnte mehr Phönix bauen. Extended Range. Ja. Auf jeden Fall. Dann machen wir mehr Phönix. Versuchen wir uns ja durchzuballern. Und dann gehen wir dann wahrscheinlich ein Schutzschild, ne? Aber die magst man sich dummdürselig schießen an denen. So. Und nochmal einen von den Freunden. Je mehr wir hier vorne haben, desto besser. Genau. Ansonsten allen nochmal eine Runde Reichweite geben. Der Oben soll nun maximal den Gegner nerven. Maximal lange. Und dann wieder versuchen, da schneller durchzukommen. Ich kann ja nicht jede Runde Schilde setzen, ne? Hat er das geholt, um meine Schilde wegzuräumen. Die eben überlebt haben. Hacker. Ja. Aber ich mache ja schon einen Kleinvieh, ne? Also ist ja ein Haufen Kleinvieh, was ich habe. Also ich glaube immer noch, dass sein Anti-Small die schwächste Kategorie ist. Die Frage ist jetzt nur, was ich jetzt mache. Overlord gleich mit Artillery-Kanone gegen Hacker. Oder einfach mal einen Artillery-Spam, weil das alles slow ist. Ich glaube, nächste Runde All-In-Artillery. Toll, dass alle Schilde gleichzeitig weg waren. Das war richtig teuer, diese Runde. Also vielleicht versuchen wir es wirklich mit der Artillery gleich. Kleinvieh auf jeden Fall läuft noch. König sind immer noch deaktiviert. Stell dir mal vor, die hätten noch Schilde und wären mit ihren Upgrades, ne? Also ich glaube schon, dass die ein Riesenproblem für ihn darstellen. Ja, der kommt mir mein Modell-Tankst nicht klar. Der muss sich da einen Flammenwerfer gönnen. Geht leider weiter. Scheiße. Machen wir jetzt wirklich einen Artillery-Spam dazu. Das kostet eigentlich so ein Upgrade 100. Dann lohnt sich das ja nicht. Ich kann das auch einfach tanken, ne? Ich weiß es nicht. Ich bin ja da im Schild, ne? Ich habe so viele davon, dass ich das einfach mal versuche. Okay, jetzt holen wir erstmal die Artillery. Wir machen das jetzt einfach. Wir brauchen die Schaden. Ich gebe dir lieber die ganzen Upgrades. Also Reichweite. Und Feuerrate ist schon zu teuer. Raketen werden ja automatisch abgefangen von mir, ne? Da kann ich mich also schon ein bisschen weiter vorne hinstellen, wenn ich das richtig sehe. Ich mache das jetzt mit Feuerrate und hoffe, dass es jetzt wirklich durchgeht. Diese Raketen werden ja abgefangen. Das ist doch zu weit vorne. Dann loben wir da überall eine schöne Salbe Raketen rein. Okay. Und dann nochmal Reichweite ausgeben. Und dann lassen wir die alle laufen. Jetzt brennt es ein bisschen. Ja, es brennt ein bisschen viel. Wenn ich fange ein paar Feuerraketen ab, aber das war, glaube ich, mit Feuer und Feuerraketen und Öl ein bisschen viel in Summe. Mal sehen. Ich habe da oben rechts verloren. Wie habe ich das geschafft? Hatt ich kein Level 2? Also der Replika und denselben Level, dachte ich. Habe es jetzt nicht gesehen. Der konnte ja nicht unter Schild feuern, ne? Also nicht ganz sicher, wie ich das oben jetzt verloren habe, den Zweikampf. Wollen wir gleich mal gucken. Ja, also das gigantische Adler-Investment hat nicht funktioniert. Aber es lag, glaube ich, auch in dieser gigantischen Feuerwalze. Das hat ihn ja auch was gekostet. Aber wie habe ich denn den Kampf verloren? Die war der gleiche Level. Die Formation soll den Kampf verloren haben. Ich habe das schon mal getestet. Das war eigentlich früher nicht so ein Problem gewesen. Das ist natürlich jetzt super dumm gewesen. Ja, ich versuche jetzt Finisher-Runde. Die haben den Kampf da oben verloren. Es hat einen Level-Vorteil. Fühle ich den Kampf auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Also auf jeden Fall weiter die Vögel holen. Ich kann die so einen Schild schießen, der Gegner. Kann ich auch. Gehen wir die Feuerraketen abfangen. Die Modellten sind nicht alle geröstet, diese Runde. Ich mache die Adler-Reweite, weil ich halt ein riesen Investment da drin habe. Und weil die immer noch alles kontern kann, glaube ich. Ja, wir hämmern da jetzt einfach Raketen rein, sonst es kein Morgen mehr geben würde. Die Runde muss einfach so klappen. Mehr Schaden. Und ansonsten hämmern wir die Freunde einfach. noch eine Rakete. Noch eine Rakete. Aber den sollten die hier doch dann direkt töten, hoffe ich. Bam, da war der Turm weg. Oh, noch eine Rakete. Ja, die haben kein Level, die Adleristen. Deswegen halten die Schilde relativ lange. Das ist jetzt nicht so der absolute Traum. schon ein kleines Elend, ne? Die Schilder haben halt zu lange gehalten. Aber der gibt auch mächtig aus an Schilden, glaube ich. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Westen-Schwarm-Rein. Flugabwehr ist, glaube ich, schwach ausgeprägt. Das könnte halt was werden. Die Schilde direkt, bevor ich die vergesse. Eigentlich weiter vorne. Also jedes Feuer abfangen und vor allem auch das Ding da. Genau, erstmal hier mit den Schaden ein bisschen erhöhen. Und ansonsten wir mehr Modell-Tanks versuchen. Die Wespen einfach da durchjagen. Reichweite-Speed. Einfach die Wespen da durchjagen im 1000er-Pack. Als ich die Mustangs gegönnt, weil er mit den Wespen gerechnet hat, hat er sehr gut geraten. Hat er links kein Upgrade vergeben. Also, da ist er doch ein bisschen sparsam geworden am Schluss. Ich habe eine Menge Wespen. Das ist immer sehr angenehm. Dann geht vor allem das Kleinfieh schnell tot, wo die dann nochmal die ganze Salbe sonst rein donnern. Ja, ich befürchte aber in Summe, dass die Adlerie ein Fehler war. Wäre aber schön, wenn wir es jetzt trotzdem beenden könnten. Okay. Also, das mit der Adlerie war, glaube ich, nicht so geil. Er war bei den Mustangs. Also, er hätte die Mustangs durchgezogen. Mit Reichweite und Flugabwehr, hätte er, glaube ich, die Wespen alle erwischt. Das wäre die Antwort gewesen. Also, das mit der Adlerie, ich weiß es nicht. Also, ihr könnt ja mal beischreiben, wo der Fehler gelegen hat, weil das war ja sehr verkrampft, die letzten zwei Runden. Also, die Hacker haben natürlich irgendwann alles erfolgreich gehackt und dann noch Schilde. Gut skaliert und so weiter. Die Modelltanks war ja eine Kombination. Vorher habe ich dann abgehalten, irgendwann. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Adlerie nicht so gut funktioniert hat. Also, was wäre da jetzt die allerbeste Antwort gewesen? Vielleicht Fortress mit dicken Schilden? Ich meine, es hat ja jetzt am Schluss geklappt, aber... Und die eine Runde, die von den letzten zwei nicht verloren hat, war ja diese Feuerwalze. Und da soll man das vielleicht noch nicht zustrengen mit der Adlerie da sein. Aber man sieht ja auch hier die Ergebnisse. Also, das ist jetzt nicht so episch gut. Aber die muss natürlich auch die Schilde wegräumen. Ihr könnt ja mal vorschlagen, was bei euch, was ihr empfohlen hättet. Vielleicht wären Melting Points mit EMS-Raketen gut gewesen, weil die alle so stehen, dass sie da alles deaktiviert hätten. Ich weiß es nicht. Ist ja eh Runde 10 gewesen. Also, dann wird sowieso alles ein bisschen unübersichtlich. Na gut. So. Eins gewonnen, zwei verloren. Ne, andersrum. Zwei gewonnen, eins verloren. Aber schon bessere Tage gehabt. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.